da sind wir wach so Naturfreunde belassen wir alle aus wir machen sich alles wieder ordnungsgemäß bin wir jetzt in Ordnung hier hab ich nur völlig vergessen wie wir hier wieder runterkommen machen das deine Knochen oder meine? Geil oder mit den Bäumen was wir jetzt aber machen müssen ihr seht ja das ist auch ein anderes Holz das sind ja Mammutbäume hier ich nenne die immer Mammutbäume das sind normale Bäume und das sind die Bäume jetzt müssen wir irgendwas aussortieren ich würde sagen wir hauen so eine Runde Cobblestones weg weil ich jetzt hier so einen Baum wegklatsche aber die sind alle super hoch halt ich suche mir einen niedrigen Baum ich will ja eigentlich nur die Saplings haben ich kann sie dann ja anbauen den nehmen wir einfach so und hoffen dass da ordentlich Saplings rauskommen dass wir den sozusagen mit nach Hause nehmen können den Baum was hat denn da gezuckt ist der gewachsen oder was? ach so Katzen haben wir jetzt gar keine gesehen ne? Schweinehammer ja was wartet denn? Saplings wo seid ihr? ich will Dschungel Saplings ihr seht auch ganz anders aus wo sind all die kleinen Saplings hin? Schweinehammer das sind sozusagen ich frag mich sowieso wie Schweine in den Dschungel kommen aber naja und das wollen wir jetzt mal im Raum stehen lassen seh ich das mal richtig da ist noch kein einziger gespawnt ist ein Traum oder? aber ein ganz schlechter Traum was weiß ich wenn ich das hier aber kommt da oh da war auch das ist aber ein normaler Baum das ist kein Dschungelbaum gehst du mal weg Bett ne das ist ein Dschungelbaum oder? oh jetzt bin ich aber verwirrt ne der sieht anders aus tschüss obwohl wenn ich kein Bett mehr hab ist auch scheiße das ist doch Dschungel das Ding tja wo mal ein so'n Dschungelbaum jetzt hier überschreiben oder zwei kann das denn die Möglichkeit sein Schweine? um zu sagen das ist ne Sauerei hier kommt auch so'n Zeppling raus aber ein Dschungelzeppling das weiß ich gewiss sieht anders aus tja Baum es tut mir oh Leak es tut mir ein bisschen leid aber wir müssen dir leider die Lampe ausmachen mal fahrt hier geht nicht nach Hause ohne Dschungelzeppling das kannst du ja wo mal da kannst du ja wo mal sicher sein du aber sowas von ich hab hier so verkackten Zeppling hierher zwei Stück hätte ich ganz gerne da unten liegt doch einer das seh ich doch schon das ist auch gleich zu Ende aber das ist ein Dschungelzeppling das ist ein Dschungelzeppling der sieht nämlich anders aus und was zu hören ob sich diesmal scheiße muss ich doch ja seht ihr da sieht nämlich anders aus so das war schon zwei stück das ist schön das ist traumhaft für immer noch katzen ich habe immer so viele wünschen ja die katzen sind ich habe den eindruck die findet man eher abends komischerweise was mit dem schwein eigentlich da los ist denn das schwein hier gespawnt und das schwein wie geht das denn wie seid ihr gespawnt Kinder in dem Busch gespawnt ich weiß was Leben gerettet jetzt übertreibt man nicht mit Dankbarkeit und so ne verraten wir lieber wo ich eine Katze finde und Ocelot da ist auch ein Jungle Tree ne das ist ein normaler sie den kann ich nicht aufsammeln das deckt sich gar nicht der sieht anders aus oh ein Apfelchen warum liegt denn hier ein Apfelchen rum wir müssen uns mal unauffälliger verhalten auch hier liegen wir als Applings rum die sind nicht von mir das ist auch was mir aufgefallen ist dass die Bäume teilweise automatisch abbauen ja wo sind die kleinen Ocelot kommt irgendwann mal raus und muss man sich so ein bisschen ranschleichen oder ganz still bleiben die kommen also zu einem man muss aber erstmal grob sehen was ist das da hinten da ist eine Katze sieht die die ob doch das Bild steht Katze hier bin ich hier ist der Fisch hier we have the drunken fish master die Katze ist ja selten dämlich ich glaube jetzt hat sie mich entdeckt wie geil oder die 50 andere Liebe und Katze einer BIO und was für eine schöne Katze kommt ein blauen Augen die juli-funkst Kettelbe so jetzt kommt nur noch ein Kumpel von dir finden die ganze Schweiz geht ich bin ich zu den Hunden Äh, ich mein, ich will nicht nach Hause. Wir müssen aber noch so einen Kamerad von dir finden. Damit wir, damit ihr schön Liebe machen könnt und so, ne? Sollt ja auch viele kleine Gätslinge kommen. Da ist einer. Und ich bin mal total zuversichtlich. Wo soll die Katze hin? Wo soll die Katze hin? Hoffentlich reichen zwei Fisch. Warum ganz so weg? Ich hab alles gemacht, ey. Du bist gegen mich gelaufen. Dein Kollege war doof. Ja, ich hab mich zu schnell mit der Maus bewegt, glaub ich. Ach, es können ja Stunden dauern. Kommt jetzt wieder die Katze oder nicht? Oder... Warten jetzt. Alter! Katze, du strengst mich an. Rennt immer weg, das dumme Ding. Vor allem, wohin? Das ist meine Katze? Da ist er. Ein Ocelot in tausend Metern Entfernung. Hier steht er sich an. Sowas wird unauffällig. Eine Katze, zwei Katze. Alles klar. Back in business. Oh oh. Die Sonne ist reising und we have to leave now. Aber die ist ja eigentlich nicht reising. Die ist ja eigentlich was ganz anderes. Aber hier schlafen. Super Hüte. Hä? Kids, was meint ihr? Wir mauern das hier eben zu. Komm schon, das müssen wir jetzt machen, Kinder. Und zwar flott. So, kommen sie mal rein. Hupsala. Katzen sind ja intelligent. Die kommen klar damit. Moment, ich mache euch mal schnell was zu Hause hier. Die mögen ja auch Wasser so unbedingt. So, mach mal Sitz. Mach mal Sitz. Alles klar, Chinas. Ne, jemand ein Fisch. Oh, Liebe. Scheiße. Jetzt wollen die Liebe machen. Verdammt. Jetzt schnutt sie, hört mal. Äh. Schnurren? Hört man das? Geil, oder? Hab ich noch ein Lichter hier? Nicht, dass ich hier gleich so eine Überraschung erlebe. So, wir gehen mal pennen. Und zwei Wachkatzen. Creeper kommt keiner so. Hört man das? кап angel. Nie. Woah. Hab ich noch ein Lichter.